Laufen bei dir die dinge auch manchmal schief und du weißt nicht warum? In der Bibel finden wir die Geheimnisse, die das Leben erklären. Die meisten Menschen kennen diese Gesetzmäßigkeiten nicht und deswegen gibt es Probleme. Kennt man sie aber und wendet sie an, dann nimmt das Leben richtig Fahrt auf. Wenn du also das Leben kennenlernen möchtest, wenn du Gott kennenlernen möchtest und überhaupt wissen, warum du hier bist, dann komm zu Caris Breisgau, die Bibelschule von Andrew Womack.